Es ist wieder so weit meine Freunde, nach 10 Milliarden Jahren kommt eine neue Folge You love you fucking hyperventilize Das meine Freunde ist das Werkzeug, womit ich damals beschnitten wurde So circa hat's ausgesehen so Danach sind die 7 Meter endlich abgefallen Freunde, ihr wisst das Ganze, wie der Hase hier läuft und funktioniert Jeden Tag könnt ihr sagen, wie die Episode heißt Wir steppen rein in die Kommentare und gucken, wie sie heißt Nächste Folge, du lachen, du machen, safe und nochmal glatze Okay, so heißt die Folge, aber wenn so ein Video wirklich kommen will Ich will nicht, dass so ein Video kommt, weil ich seine Locken liebe Es ist süß und eigentlich wollte ich sie wachsen lassen Und ich weiß, auf diesem Kanal wird diese Folge niemals 25.000 Likes machen Deswegen sag ich, weil ich diesen Titel genommen habe, ab 25.000 Likes Was eh nie passieren wird, weil ich es nicht will Kuss Ihr kennt den Hasen, wir dürfen nicht lachen Auf keinen Fall, egal what happens right now We can't laugh, if we laugh, we die Bei der Beerdigung meiner Oma Oma hat kurz wieder Ne, ne, kein, kein Witz, den ich jetzt mache, wäre korrekt How long the police take after you call them I think I broke my leg Okay, stay calm, we could be there between 5 to 7 business days If you pay extra, we could make it 3 to 5 Holy shit, Bruder Bist du auch in 24 Stunden da Das ist zu hart Stellt ihr vor, ihr seid in Amerika, habt keine Green Card hier und habt euch abgestochen Du wirst einfach nicht behandelt Ja, unterschreibt mir, unterschreibt mir, dann geht's Deswegen, wir sollten schon sehr dankbar sein für unser Gesundheitssystem Mehr aber auch nicht Darf ich für mich Pronomen erfinden? Oh, ja klar Ja klar Zum Beispiel, Leer für mir Ja, du das für dich Oh je Leer Ich bin dann Stier Stier Und das Geschlecht Jarrack Wala, Jungs, ich bin jetzt Äh, 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 akzeptiert mich Aber das Ding ist, ja doch, doch, wir müssen ihn akzeptieren, wir müssen ihn akzeptieren, wir müssen ihn akzeptieren, weil wir Stier sind, Stier Oh, das, stellt das in Anus, wäre schlimm, tu, okay, doch, das geht noch, das geht noch Dieser Schein, wo ist Kraking, wo ist Kraking Scream? Oh, du? Oh. Is that me? Der Abi hat wirklich paar Cheezys zu viel zerdrückt, man. Oh, my God. Mom. Bro, die ist ja so schlau, Alter. That's me? Yeah. No, that's not. You guys are gut red, dude. Over there? No, that's not true. That is me. Mashallah, voll süß. I swear to God, that's me. Digga, der war safe 3, der konnte so gut reden schon, Alter. Okay. Okay. Schlafvorgang oder was? Ja, doch, Schlafvorgang scheint. Ah, ja, ja. Doch. Genauso, Leute. Damit nämlich die Decke niemals dreckig wird. Wenn eure Mutter euch sagt, dass die Decken immer dreckig werden und das Bett ist nicht aufgeräumt. Genauso bin ich schlafen gegangen. Genauso, damit ich nie wieder mein Bett aufräumen muss. 4 oder Kapi? Oh, oh. Okay. Ufo oder Kapi, Loredana, so. Gut. Diesen Clip müssen wir jetzt analysieren. Okay. Okay, wir analysieren den Clip. Ufo oder Kapi? Ufo oder Kapi, okay. Kapital Bra. What the fuck? Oder UFO. Gut, wir gehen jetzt zu den Action. Ich habe die Reaktion nicht gecheckt. Noch kann ich das nochmal sehen? Ufo oder Kapi? Kapital Bra oder UFO? Okay, ich verstehe nicht, dass ich mir etwas sagen kann. Diesen mit sagen, so. I'm gonna snack both. Oder will sie sagen, du dreckige Bastard. Ich fick. Wieso fragst du mich so eine Scheiße? Ich kann es nicht deuten, deswegen könnte die Frage, du lachen, du Ufo oder Kapi, Loredana kann es sich nicht entscheiden heißen. Oder kann er, ich... I don't know. Ich habe mich heute am Bahnhof impfen lassen, was ich nur komisch fand. Impfung am Frankfurter Hauptbahnhof. Ich dachte immer, der Impfstoff kommt im O-Bahn, aber egal, der Mitarbeiter war sogar so nett, der hat wegen dem kalten Wetter den Impfstoff extra auf einen Teelöffel warm gemacht und das fand ich einfach super, super nett. Bro, dieser Impfstoff ist nur für die letzte Stufe von Corona, Omni-Man-Virus. Da sind wir noch nicht. There are some passengers that make my job easy and some passengers that make my job hell. Okay, manche Gäste machen ihren Job einfach, manche zu Hölle. Hey, this is a working problem. What's wrong with it? I can't find any porno on... Er braucht zum Arbeiten paar Pornos und das ist so Arbeitsort und da gibt's keine Pornos. That's it, man, you want some... I've seen this on TikTok. Ketchup? Man, I've seen that shit on TikTok, man. Oh, yeah. Oh, man. Oh, man. This one was real, man. I disagree. Because... Hört doch auf! Oh, mein Gott, Bruder. Oh, mein Gott. This is so hard, Alter, Wallah. So hard. Das Herz war so das Interview von Travis Scott, der es gestern gegeben hat. Also, yeah, shit happens. What the fuck, bro? Homie cracked her. Oh, nein, Bruder. Ich glaube, ich kenne den Clip. Er holt einfach. Bitte. Er bringt Gleichberechtigung aufs neue Level. Das ist die Gleichberechtigung, wo everybody von uns, like, wanted. Ich kenne keinen Englisch. Okay, Erdogan und Dings. Okay, mancher Denker, den kennen wir, glaube ich, schon, oder? Doch, der zieht Stuhl weg, glaube ich. Ja, der kennt wir. Den kennt wir. Aber das sollte nur beachtet werden. Das ist natürlich nicht real. Das ist so. Gekartet gibt natürlich Minecraft-Player-Arbis, die denken, Oh, mein Gott, Putin hat er... Und dann streiten die in der Schule, weil der eine Türke ist und der andere Russe und sagen, Nein, Erdogan ist cool. Nein, Putin. Shut the fuck up, Mann. Das ist ein CGI-Clip, du Hund. If you love, you're going to hell. Wenn wir jetzt lachen, hell! Helikopter, Helikopter! Okay. Was zum Teufel, Bruder? Du hast ihren Schädel genommen. Okay. Holy shit. Das ist Morpheus. Er hat die Matrix auseinandergenommen. Er ist nicht da. Und ich werde jetzt meinen Crush. Er fragt Crush nach Snap. Crush nach Snap-Fragen. Hallo. Hallo, darf ich deinen Snap haben? Ihr habt keinen Snapchat. Okay, sie hat keinen Snapchat. Leichte Beute. Oh, Bro. Oh, Bro. Du musst zuerst Testo nehmen, Haare auf deinem Sack wachsen lassen und Mann werden. Und nach Snap-Fragen musst du dann nicht mehr. Du klingst wie Luca Concroft hat. Mann, der Arme tut mir leid. Dieses Mädchen hätte ihm eine Chance geben sollen. Ich will zu diesem Mädchen reden. Schau, Mädchen. Du bist wahrscheinlich 13. Der Junge auch. Wenn er erfolgreich und groß wird, wird er, vertrau mir, mehr verdienen und erfolgreicher sein als jeder, mit dem du gerade dich rumhust. Und der, mit dem du dich aber rumhust, wird dich irgendwann verletzen, weil ihr seid noch jung, ihr werdet safe nicht für immer zusammenbleiben. Also zu 90% der Fälle. Und es kann immer sein, dass der Typ da, der eigentlich wie ein Versager aussieht, mehr im Leben reißt und er für dich am Ende besser wäre, wenn du menschlicher zu ihm gewesen wirst. Also, gebt auch Nerds eure Snapchats. Because Elon Musk is also a Nerd. 6500 Sprachen und er hat die Wahrheit gewählt. Impressive basically means government for the people, for the people, for the people. Was sagt er, sind alle dumm oder so? The people are retarded. Ah, retarded. Ja, ja, der wollte was sehr Deepes sagen und hat die Worte nicht gefunden, der Abi. I'm not gonna give up yet. If fish can live underwater, then so can have. Wenn Fisch im Wasser überleben kann, dann kann sie auch, okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh man. If only ma. Hm, nee. Oh nein. Wieso ist auf Skateboard? Nein, ihr dürft auch George Abi kein Meme machen. Wollah, ich. Es ist nicht cool, Jungs. George war ein Ehrenbruder. Finding random Videos if you have been looking for. You have been looking for. Was steht da? Clean the house. Also putz das Haus. Ja. Can I spin again? Holy shit, digger. Jeez, why are you so mean? What the fuck? You want to fight, bro? Okay. Oh yeah? What are you gonna do about it? Irgendwer will mit ihm kämpfen. Wer soll sich umbrennen? What the fuck? Holy shit, the teller man! Now I'm going to be the terrorist. I'm going to be the terrorist. You have three seconds to attract attention. Go! NIGGER! 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 Wir machen weiter. Congrat, you just bullied a gay kid till he killed. What the fuck? Wer macht so ein TikTok? Und versucht dabei noch so süßes? Ich habe kein Eisdimm. Ich habe kein Eisdimm. Und das ist ein Meme. Und es ist... Er hat nur eine große Nase. Und das war es. Das ist das Einzige, was wir gemeinsam haben. Das bin nicht ich. Ich habe nichts gesagt. Sorry, ich kann nur so. Diese andere Sicht kriegt man, wenn man Beine auseinanderspreizt. But this is your thing. Wie wird das ein... Oh shit, look who it is, my nigga! Yo, where the fuck you been, nigga! Bro, at this guy, yeah, where is the bitches? Oh man! Der G is awesome, fast! Hello? I'm inside your house. The fuck? Oh shit. Yeah, hello? Why did you hang up? Why did you hang up on me? If you're inside... Okay, okay, what the fuck, nigga. Er ruft auch mit einem sehr guten Mikrofon. I'm in the closet. Oh, you're gay? That's cool. No, I'm not gay. No, 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 it's alright. My cousin's gay. No, I'm not gay. I'm literally... Der Alpäh hier fühlt sich jetzt schlecht. In your closet. Wait, really? Holy shit. Who is this? Come find out. Where are you? Are you stupid or something? I just said I'm in your closet. Oh yeah. Doch, doch, man muss wirklich sagen, Es klang schon... Es klang schon süß. It... It like... Sounded like... Watermelon. Wenn a bowl of water... Bowl of water is... Is eine... Wassermelone... Watermelon. In dem Sinne... Danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Wenn ihr bis jetzt nicht geliked habt, Leute. Und so ein Pfeil, wie gesagt, diagonal... Ching ching chon chi! Honeyaking chon chi! Penis. Puf! Vielen Dank.